Oh, richtig. Oh, jetzt komme ich da schon wieder nicht hoch. Boah. Ey, manchmal. Okay. Ähm, ja, gut. Eine Shell. Hä? Na gut, dann... Alter. Achso, Endboss. Stimmt ja. Äh. Oh, scheiße. Ja, nice. Nice. Los! Die brauen so lange. Nice. Ich sag ganz oft nice, ist mir grad mal aufgefallen. Ja. Ah, da bin ich dran vorbeigesprungen. Ah, Mist. Hä? Müssen wir den öfters treffen? Also ich hab den ja jetzt schon dreimal, oder? Ja, nice. Schon wieder nice gesagt. Mann, jetzt, jetzt wenigstens könntest du mir doch was spendieren. Ach, Mann. Das ist doch mein letztes Dings. 4-1. Äh, das ist Eis! Was ist das denn? So, bin ich schon mal ganz froh, dass wir Peach haben. Oh. Ganz ehrlich, da bin ich dran. Sind das Wolken? Ich glaub, es wär logischer, wenn ich von jeder Seite drangehe. So. Okay. Was ist das denn für ein Gemüse? Komm, bitte one up. Mensch. War das ne... ne Frucht mit nem Gesicht? Neut. Ui. Bäh. Um. Gah! Was? Ey Junge, ich hab doch nur... Was ist das denn? Ich hab doch nur noch ein Leben. What the fuck? Oh, mother fucker, ey. Oh. Nein, 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 nein. Ich bin böse, ey. Alter, ey. Warum wurde ich jetzt davon nicht getroffen? Also manchmal verstehe ich das Spiel nicht. So, dich nehme ich mit, zur Sicherheit. Oh, komm jetzt bitte, ich brauche Leben, ey. Echt. Ach man, ich raff's nöch. Oh. Jetzt krieg ich noch nie mein Leben, ey. 4, 2. Oh, das ist ja alles mit Eis voll sein muss, ne? Alter, wie hab ich das überlebt? Wah, wah, wah. Alter, das war jetzt echt, wah, Bock. Ja, der hat mich reingesprungen. Ach, schon wieder halb reingesprungen. oh gottes willen also es war wie nice okay hier haben wir wieder ein bisschen kleine loot station es war so klo es war so klar dass das hier oben ist da vielleicht haben wir noch einen pilz ein kleiner wahl das das tötet mich ich meine es gäbe 20 level insgesamt und wenn ich 20 durch drei rechnen sind das ungefähr sieben und ich weiß dass im letzten in der letzten welt nur zwei level gibt das heißt also es gibt wirklich 20 level 7 da war ich jetzt in vier ich glaube ich spiele das doch wie mache ich das denn am besten also ich habe bisher noch keine antwort von euch bekommen weil wenn ihr jetzt sagt ich habe keinen bock da irgendwie den anfang fünfmal zu sehen dann mache ich das so dass ich wenn ihr mir jetzt schreibt da mach ab vier weiter dann tue ich bis dahin spielen und dann erst aufnehmen genau ihr müsst mir das nur sagen weil ich habe da in der bei dem thema bisher noch keine antwort von euch bekommen ja gut dann hoffe ich mal dass euch die heutige aufnahme gefallen hat und dass wir uns beim nächsten mal wiedersehen tschüss